Hallo Leute, euer Donut von euch und willkommen im dritten Part von Schatzrufen mit Donut. Ihr seht schon, sehr voll hier und wir wollen direkt in die erste Map. Äh, ja, ah jetzt. Keine Ahnung. Ich will mal ganz kurz Musik leiser. So, etwas besser. Es war gerade ein bisschen zu laut, so. Vier Tage sind, äh, ja, vier, fünf Tage sind jetzt um. Keine Ahnung, ob das jetzt der ist. Da. Ich muss gleich wieder, ich muss nachher wieder warten. Die Karten laden auf jeden Fall etwas länger. Hallo? Ah. Das Steuerbord. Das ist ja irgendwo am Rand der Insel. Ich muss nachher wieder auseinandersetzen. Ich muss mal die Karte hinnehmen. Ich muss nachher hinnehmen. Da. Ich habe es nicht mal gesehen. Ich habe es nicht mal gesehen. Oh Gott. Der war glaube ich am An in der Nähe des Spawns. Ich habe es nicht mal gesehen. Ähm. Hier trug. Feder. Augenbinde. Sachen, die wir gerade genutzt haben. Die ich denke auch. Ich weiß ob ich will. Wie überall fleißig gesucht wird. Hier. Hier ist doch etwas passiert. Ist nicht am Ende. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, er hat entfacht. Okay, ja, ich hab's irgendwie geschafft. Irgendwie. Ja, Verwirrung pur und wir sehen uns gleich am Tor. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.